Hallo liebe Zuschauer von SpreekickTV. Ich bin Julia und ich bin Dina und wir wollen heute den Spieltag in unserer Liga in der B Bundesliga Nord-Ost tippen. Das erste Spiel ist TSG Alten gegen Jena. Da schätzen wir einen Sieg für Jena, weil Jena eine sehr starke Mannschaft ist und Alten noch nicht so gut im Spielsystem drin ist. Das zweite Spiel wäre dann Union gegen Holstein Kiel. Es denke ich klar, dass da Union gewinnt. Wahrscheinlich, ich würde schätzen 3-1. Das nächste Spiel Bremen gegen Leipzig. Da ist relativ klar, dass Werder Bremen wahrscheinlich etwas höher gewinnen wird. 4-0 ungefähr. Ja mindestens. Und das nächste Spiel wäre Potsdam gegen Meppen. Spitzenspiel. Wird denke ich spannend. Ja. Aber ich glaube Potsdam. Potsdam wird mit einem Torvorsprung gewinnen. Und das letzte Spiel ist Magdeburg gegen Wolfsburg. Ja, da schätze ich wird Magdeburg, weil es die Heimmannschaft ist, die überhand behalten. Ja. Könnte aber auch knapp werden. Also. Ja. Ja. Wir spielen beim 1. FC Union und wir würden uns freuen, wenn ihr mal zuschauen kommt. Das war's von uns und schönen Tag noch. 1. FCN